Unser letztes Video in diesem Jahr und das ist Updatesport zum letzten Mal um 18 Uhr. Das sind unsere Themen. Wir reden über den Massenstart im Biathlon in Movemesto. An Pfeiffer hat es leider verpasst auf das Podest zu kommen. Dann reden wir über die Darts-WM. Eine deutsche Hoffnung ist leider ausgeschieden. Wir werden über dieses Match reden und wir reden über aktuelles aus der Bundesliga, die sich auch wie wir in die Winterpause verabschiedet. Und damit heißt es zum letzten Mal 2018 willkommen zu Updatesport am heutigen Sonntag um 18 Uhr. Am Ende dieser Sendung werden wir euch mal verraten, was sich so im kommenden Jahr geradewegs sich mal wieder für dieses Format ändern soll und ändern wird, was definitiv eingehalten werden kann und was nicht. Darüber werden wir aber dann am Ende reden. Kommen wir erstmal zum Wesentlichen, zu den Sportthemen des Tages. Und das sind meistens leider auch aktuelle Sportthemen. Die meisten gibt es natürlich auf unserer Homepage zu lesen auf derchotv.de. Reden wir über Biathlon, reden wir über den Wintersport. Die deutschen Biathleten haben leider mal wieder das Treppchen verpasst und sind am Podest vorbeigeschlittert. Der Norweger Johannes Thinks Bö hat es mal wieder geschafft, entsprechend mal wieder siegen zu können bei dem Massenstart im Biathlon. So viel muss man ja auch dazu sagen. Ja, die deutschen Biathleten haben sich auch ohne Podestplatz nun somit in die Winterpause, in die Weihnachtspause verabschiedet. Danach geht es ja auch direkt weiter am 29. Dezember unter anderem bei der World Team Challenge in der Arena, in der Felddienst Arena auf Schalke. Das ist ja eher als eine Spaßveranstaltung gilt. Nächstes Jahr wird es ja erst richtig ernst, unter anderem bei den Heimweltcups der Deutschen in Oberhofen. Und Rudolf Hinging am 10. und 16. Januar. Kommen wir aber zum Massenstart zurück. Nachdem ja jetzt Johannes Thinks Bö nun erster wurde, hat Arndt Pfeiffer nur im Massenstart über 15 Kilometer als bester Deutscher nur den vierten Platz erreicht. Nach Top-10-Resultaten in Poljunker und Hochfilzen war es aber die erste Woche, wo es keiner der DSV-Athleten aufs Podium geschafft hatte. Der überragende Athlet des Winters bleibt weiterhin der Norweger, der im achten Saisonrennen schon seinen sechsten Erfolg feiern konnte. Der 25-Jährige blieb ohne Fehlschuss und hatte im Ziel satte 46,5 Sekunden Vorsprung vor den Franzosen Quentin Fillon-Malé, der zwei Strafrunden machen musste und dem Russen Yevgeny Granatyshev, der keine Strafrunde machen musste, aber 54 Sekunden mehr auf der Uhr hatte. Pfeiffer musste eine Strafrunde drehen, ihm fehlten aber gut fünf Sekunden auf dem dritten Platz. Also sah es nicht gut aus für den Deutschen. Zweitbester Deutscher wurde Benedikt Doll, der als Sechster ebenfalls in die Top-10 gelandet sind. Der Rest, Simon Schepp auf dem 23. Platz, Johannes Kühn als 25. Vergaben die vordere Platzierung entsprechend schon am Schießstand. Werden wir dann mal sehen. Nächste Woche geht dann auch schon die Vierschanzentournee los. Da versuchen wir euch dann irgendwie auf dem Laufenden zu halten. Auf unserer Homepage auf derchutv.de. Dann geht es direkt sofort weiter mit der Darts-WM. Es ist schon derweil großartig geworden, was dort nämlich abgeht bei der Darts-Weltmeisterschaft, die ja auch schon hier in Deutschland große Fernsehtradition geworden ist. Sport 1 überträgt ja unter anderem wie The Zone ja die komplette WM und die geht ja über das Jahr hinweg. Also wird schon der Weltmeister fürs nächste Jahr quasi für 2019 gesucht. Einer, der es werden hätte, könnte, so kann man das ungefähr sagen, einer, der es machen könnte oder machen hätte, könnte, war nämlich Max Hopp. Er hat es leider nicht geschafft, so muss man das leider auch sagen. Denn trotz der guten Leistung musste er sich in der dritten Runde der Darts-Weltmeisterschaft sich von Michael van Gerven in fünf Sätzen geschlagen geben. Die große Sensation damit bei der Darts-Weltmeisterschaft hat er nunmit verpasst. In der dritten Runde hat die Nummer 1 in Deutschland im Dart trotz der guten Leistung mit 1 zu 4 verloren. Er war stellenweise eine Klasse besser, deswegen war es schon eine kleine Lehrstunde, sagte Hopp nach der Partie gegenüber dem Sportsender Sport 1. In diesem Jahr hatte er nämlich für großes Aufsicht bei den German Darts Open gesorgt, erwischte aber einen leider schlechten Start in dieser Runde gegen die Niederländer. Gleich beim ersten Anwurf gelang dem zweifachen Weltmeister ein Break. Mighty Mike, wie er auch meistens genannt wird, legte nach dem Nach- und Gewand Satz 1 mit 3 zu 0. Und er spielte im Startsatz einen 3-Dart-Average von über 116. Schon richtig heftig. Hopp ärgerte sich entsprechend, sagte, Zitat, ich habe einen zwei nervöse Darts geworfen, aber da ist mir das Spiel entglitten, Zitat Ende. Meine Güte. Ja, Satz 2 begann dann Hopp mit einem gewonnenen Leck und es schien auch so, als hätte er dann die Nervosität am Anfang dann ablegen können. Und in den folgenden 3 Lacks hatte er jeweils die Chance, diese zu gewinnen. Der entscheidende Treffer in das Doppel wollte ihm aber einfach nicht gelingen. Bisschen bitter, muss man sagen. Hopp erklärte, dann sieht man seine Klasse und seine Größe. Er bestraft auch das Eiskalt. Es ist da unheimlich brutal und diese Schwächen hat Van Gerven auch ausgenutzt und gewann auch dann entsprechend den zweiten Satz. Auch der dritte Satz ging an den Niederländer und das, obwohl ja Hopp nicht das schlechteste dieser Sätze gespielt hatte. Der erste Leck beendete dann Van Gerven mit einem Checkout von 122. Das dritte sogar mit 170 Punkten. Das ist richtig heftig. Dieses Niveau konnte selbst der dominierende Spieler der letzten Jahre auch nicht halten. Zudem hat auch Hopp immer wieder einen Gang höher geschaltet. Im vierten Spielabschnitt machte er dann seinen ersten Break zum 2 zu 0 Satz Sieg souverän. Und das Momentum schien aber von Hopp ungeschlagen zu sein. Aber erst nach dem Break zum 1 zu 0 und dem darauffolgenden 2 zu 0 mit einem Finish ins Bullseye ging es dann doch. Aber doch einmal meldete sich dann Mighty Mike wieder und beendete dann den WM-Traum von Max Hopp. Ist ein bisschen schade. Er spielte einen Pastelon Average von 96,64. Van Gerven konnte dies mit durchschnittlich 102,07 Punkte auch pro Aufnahme toppen. Überraschender Blick auf die Statistik der Checkoutquote. Hopp lag mit 37,5% Van Gerven bei nur 34,38%. Zwischenzeitlich lag er sogar bei über 50%. Also richtig heftig was das angeht. Ja die Daz-WM geht natürlich weiter. Könnt das Ganze auch noch bei Sport 1 verfolgen. Das als kleiner Fernsehtipp. Sogar auch für die Feiertage bin nichts anderes im Fernsehen laufen sollte. Muss man mal so sagen. Und gleich kommen wir zur Fußball-Bundesliga. Und dort haben wir ein brandheißes Thema für euch. Bei Leverkusen hat sich nämlich von seinem Trainer Heiko herrlich getrennt. Keine herrliche Sache. Haha Wortwitz. Wir kommen gleich auch dann zu seinem Nachfolger. Außerdem schauen wir dann auch auf den letzten Spieltag der Hinrunde. Denn die Bundesliga geht auch so wie wir heute in die Winterpause. Muss man auch nochmal sagen. Ja jetzt aber erstmal weitere Sportnews aus dieser Woche in den News der Woche. Real Madrid hat zum dritten Mal hintereinander die FIFA-Club-Weltmeisterschaft gewonnen. Gegen den FC All 1 haben die Königlichen im Finale mit 4 zu 1 gewonnen. Die Tore für Madrid kamen von Luka Modric, Marcos Lorente, Sergio Ramos und Nayia Nadea. Für All 1 machte Tasaka Chiotani den Anschlusstreffer. Damit gewann Real Madrid den ersten Titel ohne Cristiano Ronaldo, der seit dem Sommer für Juventus Turin spielt. Der 1. FC Köln hat bekannt gegeben, dass der Stürmer Simon Zoller zum VfL Bochum wechseln wird. Der 27-Jährige wird für eine Ablösesumme von 250.000 Euro wechseln. Das hat der Kölner Express berichtet. Der Wechsel ist für uns alle Seiten eine sinnvolle Lösung. Simon ist ein Profi, der spielen will und muss, sagte Kölns Manager Armin Fee. Zoller ergänzte, ich bin im besten Fußballaltern, will unbedingt spielen. Die Gespräche mit den FC-Verantwortlichen und dem Trainer waren immer offen und direkt, sodass für mich der Wechsel nach Bochum der richtige Schritt ist. Handballbundestrainer Christian Prokop hat sich auf seine 18 Spieler für die Handball-WM festgelegt. Einige Nominierungen bringen Überraschungen mit sich. So sind im 18-köpfigen Kader Kai Heffner und Philipp Weber nicht dabei. Torwart-Routineer Johannes Bitter steht wie Andreas Wolf und Silvio Heinevetter als dritter Schlussmann als Torwart fest. Prokop sagte, jeder im 18er Kader kann stolz sein, nun Anteil daran zu haben, wie die kommenden Wochen laufen werden. Das Gefühl im Team ist sehr wichtig. Statt Heffner, der die DHB-Auswahl bei der EM 2016 ins Finale geworfen hatte, bekam der Leipziger Franz Semper im rechten Rückraum die Chance. Der torgefährliche Weber, der in der Handball-Bundesliga für den SCD-HFK Leipzig aufläuft, gab bei der EM in Kroatien sein Turnierdebüt für die Nationalmannschaft und galt lange als einer der Lieblingsschüler des ehemaligen Leipzig-Trainers Prokop. Angeführt wird der Kader von Uwe Gensheimer. In dieser Woche gab es auch noch die Auslosung für die Champions League und für die Europa League. In der Champions League wird es deutsch-englische Matches geben. Schalke trifft dabei auf Manchester City, Tottenham auf Dortmund und der FC Liverpool trifft auf den FC Bayern München. In der Europa League sind ja Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt weitergekommen. Hier trifft Leverkusen auf Krasnodar und Frankfurt muss nach Donetsk. Ja, das wird richtig interessant. Der Sommer, äh, der Sommer, sag ich schon. Das Sportjahr 2019 direkt mit den K.O.-Runden der UEFA Europa League und dem Achtelfinale der Champions League. Ne, Viertelfinale oder Achtelfinale war das ja. Achtelfinale, genau. Viertelfinale kommt ja dann danach. Hahaha. Soviel dann zu den News der Woche. Mehr News wie immer auf unserer Homepage auf derfjotv.de, auch während der Feiertage. Aktuelle News. Da ja, dass die Bundesliga dann auch in die Winterpause geht. Eröffnet sich dann auch quasi damit das Transferfenster. Eine Meldung habt ihr ja schon mitbekommen. Und nun kommen wir auch zur Fußball-Bundesliga und reden über das Thema des Tages eigentlich. Die Spieltage, das muss man so sagen. Heiko Herrlich ist nicht mehr Trainer des Bundesligisten Bayer Leverkusen. Das ist heute Vormittag an diesem Sonntag bestätigt worden am 4. Advent. Kein tolles Weihnachtsgeschenk, was Rudi Völler dem Herrn Herrlich dort unter den Baum gesetzt hatte. Ja, als Nachfolger wird nämlich jemand anderes kommen, den wir auch schon aus der Bundesliga kannten. Und zwar nämlich Peter Bosz, der nämlich noch bis vor einem Jahr, muss man schon quasi sagen, nämlich noch die Dortmunder trainiert hatte. Und da dann natürlich wegen dem schlechten Abschneiden rausgeflogen ist. Bosz bekommt einen Vertrag bis 2020 und wird damit entsprechend wohl dann das entsprechende Saisonziel für die Leverkusener erreichen. Sie haben sich ja vorgenommen, die Champions League Qualifikation wieder zu erreichen, nachdem es in der letzten Saison ja auch bis dahin geschafft wurde, aber es nur für die Europa League damals gereicht hatte. Herrlich war bis 2017, war im Sommer 2017 zu den Leverkusen angekommen und hat nach einer Krise zuletzt auch wieder die Anschluss an die internationalen Plätze wiederhergestellt. Trotzdem, für Leverkusen schaut es nicht toll aus. Nach 17 Spieltagen in der Bundesliga 24 Punkten auf dem Konto. Platz 9, das ist bisher kein europäischer, also internationaler Platz, sei es Europa League oder Champions League. Und überwintern tut ja Leverkusen quasi in DFB-Pokal und auch in der Europa League. Doch bundesligatechnisch schaut es nicht gut aus. Trotz des Sieges gestern, muss man auch so sagen. Unter dem früheren Profi, mit drei Niederlagen in die Bundesliga gestartet, hat zu diesem Zeitpunkt auch herrlich sehr oft in der Kritik gestanden. Dann gab es natürlich die Siege in der Europa League, aber auch im DFB-Pokal. Und ab und zu konnte dann auch Leverkusen immer wieder entsprechend das Ganze halten. Rudi Völler hatte in der Mitteilung, die natürlich auch heute Vormittag, also vormittags nämlich ausgestellt wurde, folgendes zu dieser Entlassung gesagt. Zitat, Heiko Herrlich hat unsere Mannschaft im Vorjahr nach einer zuvor sehr schwierigen Saison wichtige Impulse verliehen und uns ins internationale Geschäft zurückgebracht. Bis zuletzt hatten wir die Überzeugung und den Willen, mit ihm als Cheftrainer die Wende zum Guten zu schaffen. Zitat Ende. Weiter sagte er, Zitat, Doch leider ist mittlerweile eine Stagnation in der Entwicklung des Teams nicht mehr zu leugnen. Auch wenn wir zum Jahresende hin wieder den Anschluss an die internationale Plätze hergestellt haben, befinden wir uns nach der insgesamt nicht befriedigenden Halbserie in einer Situation, in der der Trainerwechsel aus unserer Sicht notwendig macht. Zitat Ende. Ja, kann man auch nochmal auf unserer Homepage lesen, auf derjo.tv.de. Und der Sportdirektor von Bayer Leverkusen, das ist geradewegs nicht Rudi Völler, er ist Geschäftsführer Sport, sondern Simon Rolfes, der jetzt vor kurzem erst installiert wurde, erklärte die Verpflichtung von Bosch, er stehe, so heißt es für Zitat, Offensiven, temporeichen und begeisterten Fußball. Hat ja bei Dortmund ja nicht so gut funktioniert, aber man will sich daraus hoffen, dass es wahrscheinlich auch eher sagt, man will es auch sagen, es ist eher eine andere Geschichte gewesen zwischen Bosch und dem BVB, als wenn jetzt die Geschichte zwischen Bosch und Bayer Leverkusen laufen wird. Das Ganze wird dann im Januar beginnt, direkt zum Jahreswechsel, wird dann Peter Bosch vorgestellt offiziell und dann wird er auch seine Arbeit mit aufnehmen. Es gab auch Bundesligaspiele an diesem Spieltag, wir blicken erst auf die Nachmittagsspiele, um natürlich auch beim Thema Bayer Leverkusen zu bleiben. Wir haben gestern, wie schon gesagt, trotz dieser Entlassung von Heiko Herrlich mit 3 zu 1 gegen die Herthaner aus Berlin gewonnen. Leipzig gewann gegen Werder Bremen mit 3 zu 2. Schalke hat sich auch nochmal ein bisschen besser machen können, spielt aber die schlechteste, die schwächste Hinrunde seit 20 Jahren. 3 zu 1 der Endstand gegen den VfB Stuttgart und Ex-Trainer Markus Weinzel. Hannover 96 verliert auch wieder das nächste Spiel. Andre Breitenreiter steht aber trotzdem nicht unter Druck, hat auch von Hannover 96 Präsident Martin Kind Jobgarantie bekommen. 1 zu 0 für Fortuna Düsseldorf am Ende und Freiburg gewann gegen den 1. FC Nürnberg 1 zu 0. So viel muss man dazu sagen. Es gab natürlich auch ein Abendspiel. Der deutsche Meister traf auf den Pokalsieger mal wieder. Das ging aber wieder zugunsten des Meisters aus. Bayern München wieder in der Spur. Da schauen wir gleich auf die Tabelle drauf. 3 zu 0 für die Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Ja und es gab natürlich auch ein Freitagsspiel. Selbstverständlich konnte man sich unter anderem im Free TV im ZDF angucken. Und das war Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Das Borussenduell, das hatte Dortmund für sich entscheiden können. Ist damit weiterhin auf dem 1. Platz und hat damit mit 2 zu 1 gegen Gladbach gewonnen. Ja, schauen wir dann mal auf die Tabelle. Nach 17 Spieltagen, nach fast 17 abgelaufenen Spieltagen in der Fußball-Bundesliga. Wir sehen Borussia Dortmund auf dem 1. Rang mit 42 Punkten. Bayern München dahinter mit 6 Punkten. Abstand mit 36 Punkten. 3 Punkte dahinter. Gladbach auf 3. 2 Punkte dahinter. RB Leipzig mit 31 Punkten. Wolfsburg dann mit 28 Punkten. Frankfurt mit 27 Punkten auf Rang 6. Immer noch internationale Plätze. Die TSG aus Hoffenheim mit Rang 7. Punktgleich mit Hertha und Leverkusen. Leverkusen auf 9. Da ist ja heute Heiko Herrlich entlassen worden. Freiburg durch den Sieg nun auf 11. Werder auf 10. Das ist auch nochmal gesagt. Mainz auf 12. Schalke nun ein bisschen Abstand vom Relegationsplatz genommen. Trotzdem 4 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Punktgleich mit Düsseldorf. Augsburg auf 15. Die spielen zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Zum Redaktionsschluss dieser Sendung gegen Mainz glaube ich sogar. Und Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Hannover und Nürnberg sind an letzter Stelle. Und dann kommen wir noch zu den zwei Spielen. Da steht es noch wegen Redaktionsschluss. Und natürlich, weil diese Sendung vor aufgezeichnet wird, noch nicht fest. Gegen Wolfsburg. So war das. Augsburg gegen Wolfsburg. Das läuft aktuell. Und die TSG aus Hoffenheim empfängt die Mainzer. So viel dann dazu. Und damit würde dann auch der 17. Spieltag enden. Damit gibt es dann aber auch einen Artikel nochmal auf unserer Homepage. Auf derchotv.de, wo wir auf zwei Bundesligaspiele zurückblicken werden. Und das wird wahrscheinlich auch zwei Bekannte sein, dass wir das machen werden. So sieht es aus. Und dann ist Winterpause so auch für uns. Unsere Winterpause geht nicht so um die zwei, drei Wochen, sondern um die zweieinhalb Wochen. Das muss man auch nochmal sagen. Das seht ihr auch deutlich unten immer wieder eingeblendet. Am 13. Januar gibt es die nächste Ausgabe von Update Sport. Und das ist eine ganz besondere. Denn diese Update Sport Ausgabe wird nämlich nicht mehr um 18 Uhr stattfinden. Ja, und zwar nämlich um 20 Uhr. Ihr habt es entschieden. Ihr habt schon lange warten müssen. Es gab vor mehr als einem halben Jahr, glaube ich schon, eine Umfrage zum Thema Upload-Zeit für Update Sport. Und ich habe da natürlich euch wählen lassen. Sei es nämlich um 15 Uhr, also sprich wieder früher. Sei es um 18 Uhr, so wie sonst oder um 20 Uhr. Das Ergebnis steht fest seit gestern, beziehungsweise muss man auch schon so sagen, fast seit gestern. Und es schaut wirklich so aus. Und das kann ich auch nochmal gerne einblenden, wenn ihr da nichts dagegen habt. Und deswegen wende ich es nochmal ein. Mit 88 Prozent hat nämlich 20 Uhr gewonnen. Das ist nämlich der Stand jetzt auch von dieser Aufzeichnung hier an diesem Sonntag, dem 4. Advent, den 23. 12. Das ist der Stand der Dinge. 17 Leute haben mitgemacht. Vielen Dank dafür. Und ja, das wird nämlich dann auch bedeuten, dass nämlich Update Sport ab dem nächsten Jahr um 20 Uhr erscheinen wird. Wir werden das aber auch nochmal testen. Gucken, ob das dann auch besser ankommt. Sollte es nicht so sein, werden wir dann die Zeit vielleicht nochmal ein bisschen zurücksetzen. Sprich um 19 Uhr vielleicht sogar, anstatt irgendwie um 20 Uhr, damit wir dann halt auch so am Abend um 17 Uhr aufnehmen können. Zum Beispiel für die Formel 1, wenn Nachmittagsrennen stattfinden. Dann können wir nämlich schon so um 16, 17 Uhr auch die Formel 1 ein bisschen einpacken. Und es ein bisschen aktueller machen, als wenn wir das zum Beispiel bei Update Politik oder auch bei Update Medien machen, was zum Beispiel funktioniert. Bei Update Sport ist es immer wieder so eine Sache. Außerdem wird Update oder beziehungsweise generell die Info-Formate werden ein neues Intro erhalten. Ein etwas verändertes Design im Zuge dessen, dass wir unser Logo ja ein bisschen verkürzt haben. Hier oben könnt ihr es noch einmal sehen. Und es wird noch viele andere Änderungen im nächsten Jahr kommen. Und seid gespannt, welche das sein werden. Denn während der Feiertage werde ich mich nicht nur voll futtern lassen und mit meiner Family feiern und nicht nur Geschenke auspacken, sondern auch schon das kommende Jahr ausführlicher planen. Da ist nämlich eine Menge zu tun, muss man auch so sagen. Damit sind wir auch schon durch. Im kommenden Jahr wird sich einiges ändern hier bei derchow.tv. Und wir freuen uns, wenn ihr natürlich uns auch weiterhin mit unterstützt und dabei seid. Das allerletzte Video 2018 gibt es dann morgen in einer Woche am 31. Dezember. Wann genau, kann ich noch nicht genau sagen. Steht schon eine Zeit fest, aber wann genau, weiß ich noch nicht. Unser Pannenvideo, wie immer, was auch im Jahresrückblick in dieser Woche auf Twitch zu sehen war. In unserem Jahresrückblick. Und dann gibt es wieder ab dem 10. Januar neue Videos und neue Streams. Das heißt, vorübergehend müsst ihr euch erstmal auf unserer Homepage gemütlich machen, wo ich mich gerne darüber freuen würde. Auf derchow.tv.de gibt es nämlich dann immer frische News und wichtige News und ausführliche News zum Thema Sport, aber auch zu Politik, Medien und auch Games. So, und damit wünsche ich euch nun frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns alle frisch und gut ausgeruht am 10. Januar wieder um 18 Uhr dann zu derchow.tv Thema am Donnerstag, dem 10. Januar. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank für dieses Jahr. Vielen Dank für eure Abos. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für eure Kommentare. Sei es kritisch, sei es lobend gewesen. Wie auch immer. Ich bedanke mich und ich wünsche euch nun alles Gute für 2019 und dass wir uns gesund wiedersehen. Bis dahin, auf Wiedersehen und frohe Weihnachten.